Wie ist das Befinden heute? Ja, das Befinden ist nicht schlecht. Ich habe auch ganz leichte Verklebungen. Das ist zu schicken von den Bühnen von Kuhli, die wir noch mitbekommen haben. Ich hoffe, dass es langsam senkt, so wie es sich anfängt wird. Warum bist du jetzt hier so gut? Ja, weil wir jetzt hier warten, wie es sich hinweg ist. Aber man muss den alten Autor und die Krille weg. Das ist das Problem, wo es früher schon anzeigen hat, als wir dort rausgefunden haben. Wenn wir jetzt hier entdeckt haben, das ist das Problem. Wir haben heute einen Kaffee, und das ist der Blick, den wir so haben, von unserem Tisch aus. Es ist nicht so schlimm, zum Warten, bis der Haar geflickt ist. Und da ist es so schlimm. Und der ist so schlimm. Wir sind so schlimm. Das ist das Problem. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020